Mirja Bös kommt ins Trifolion nach Echternach. Mit ihrem Programm Ich-Doch-Nicht wird sie jetzt am Samstag auf der Bühne stehen. Worum es dabei genau geht, das sagt ihnen am besten das blonde Energiebündel aus NRW selbst. Man kann auf jeden Fall sich auf einen sehr lustigen Abend freuen, wo man sich an vielen Stellen, egal ob Männchen oder Weibchen, wiederfinden wird selber und auch ertappen wird dabei und schmunzeln muss und sagen muss, ja, mach ich auch. Und der Mann kann, es werden ganz tolle Sachen, der Mann kann ganz viel lernen. Unnützes Wissen allerdings, aber Wissen. Ich-Doch-Nicht, das Programm von Mirja Bös, das können sie jetzt am Samstag sehen um 20 Uhr im Trifolion in Echternach.